Am 11. Oktober wird im Landkreis Darmisch-Preewald ein neuer Landrat gewählt. Vorab stellen wir den vier Kandidaten einige Fragen. In dieser Fragerunde ging es um das Internet und die digitalen Angebote der Kreisverwaltung. Darauf antworte ich Ja und schrittweise. Schon heute kann ich ja mit den Mitarbeitern der Verwaltung per E-Mail kommunizieren und die Postlaufzeiten fallen ganz einfach weg. Außerdem bin ich nicht mehr an Sprech- und Bürozeiten, an Öffnungszeiten der Verwaltung gebunden. Und ich kann bereits mein Auto online stilllegen. Wichtig ist aber, dass auch in Zukunft Menschen für den Bürger erreichbar sind. Nicht jeder will mit dem Computer umgehen. Sehr wichtig ist für mich die zeitnahe Zurverfügungstellung von transparenten Informationen und endlich die Realisierung der Online-Übertragung der Kreistagssitzungen. Moderne Verwaltung heißt für mich, beides zu machen. Sowohl digitale Verfahren als auch den direkten Kontakt. So werden sich Antragsverfahren durchaus digital gestalten lassen. Aber insbesondere da, wo die fachliche Beratung durch die Kreisverwaltung notwendig ist, da wird sich der direkte Kontakt nicht durch digitale Verwaltung ersetzen lassen. Um insbesondere die digitalen Angebote in der Verwaltung weiter auszubauen, brauchen wir dreierlei. Wir brauchen die entsprechende Hardware, wir brauchen die Software und wir brauchen die entsprechend geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber leider schickten uns nicht alle Kandidaten ein Video. So war es Landrat Steffen Lohge, der sich zur Wiederwahl stellt, aus terminlichen Gründen nicht möglich, uns ein Video mit seinen Antworten zukommen zu lassen. Seine Kernaussagen finden Sie aber in der LR und auf lr-online.de Auch die Kandidatin Birgit Uhlwurm hat leider nicht auf unsere Videoanfrage geantwortet. Ihre Begründung ist aber eine andere. Ihre Aussagen finden Sie ebenfalls im LR-Artikel zu diesem Video. Als Landrat brauche ich zunächst einen Überblick, welche Datengeschwindigkeiten im Landkreis existieren. Insofern wäre meine Herangehensweise die, eine Machbarkeitsstudie zu beauftragen, die genau herausfiltert, an welchen Stellen im Landkreis ein weiterer Ausbau unbedingt notwendig ist, um Breitband in hoher Qualität anzubieten. Und wir sollten als Landkreis dabei unterstützen, entsprechende Fördermittelprogramme zu finden und Fördermittel zu akquirieren. Richtig kann ich mir auch vorstellen, dass wie bei der Bahn wir auch WLAN in unseren Bussen anbieten. Ein schnelles Breitband-Internet ist wichtig für die Industrie, für den Mittelstand und für die Bevölkerung. Aber was kann ein Landkreis nun tun, um diese schnelle, flächendeckende Internet zu ermöglichen? Unser Landkreis kann zum Beispiel Förderung der EU in Anspruch nehmen. Und zwar wären dort möglich eine Förderung von bis zu 150 Millionen. So hat die Europäische Union jetzt 3 Milliarden Euro für die deutsche Beihilferegelung zur Einführung von Hochgeschwindigkeits-Internet genehmigt. Hier geht es um ein Glasfasernetz, das der Landkreis erschafft und später vermietet. Eine Funklösung lehne ich ab. Ich denke, wir sind schon alle strahlenbelastet genug. Alle bisher gedrehten Videos und Artikel zum Thema Landratswahl in Darmisch-Bewald finden Sie auf LR online.